und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einem kleinen update von unserer pnv news denn am sonntag kam ein weiteres update für den lotus simulator raus und das wollen wir uns mal hier prompt direkt mal schnell anschauen denn wir sind jetzt in der 1 ea 060 im pre patch warum das ganze im pre patch ist steht hier im text der heutige patch ist erklärungsbedürftig denn er ist unvollständig schaut ihr euch die funktionen die ich gleich aufliste in lotus an werdet ihr fehlende language einträge bemerken und eventuell sogar bugs finden der patch ist so zwischendurch jetzt aber nötig um alle betatester nightly bilder und keins von beidem mehr auf denselben stand zu bringen und unter umständen werdet ihr heute abend noch sehen warum das kann ich aber nicht versprechen wir werden die language einträge bugfixes und fehlenden features so schnell nachreichen wie wir es schaffen also in der simulation gibt es jetzt eine online verifizierung für payware addons die funktioniert genauso wie die online verifizierung der module sollten probleme auftreten hängt im super forum bitte auch die debug feier mit an denn diese wird benötigt wir haben weiterhin eine simulation bugfix besetzt meldung und aufhebung der fahrstraßen war defekt sowie die probleme mit send variablen von e kupplungen sind jetzt behoben worden im map editor unterstützung von wms karten luftbildern im utm koordinatensystem diese können jetzt im editor hinterlegt werden zum beispiel sowas ja was in dem link dort enthalten ist wie gesagt ich packe mich das ganz natürlich unten in der video beschreibung mit rein die seite denn direkt zum patch im map editor weiterhin bugfixes im straßenmodus waren die ampel optiken nicht mehr auswählbar um sie eine ampelanlage hinzuzufügen änderungen am server um die prozesse rund ums laden von reservierungen deutlich zu beschleunigen funktion zum unabhängigen löschen von reservierungen auch wenn die karte nicht mehr vorhanden ist fahrzeuge in wagenreihung siehe absolut allgemeine konfiguration links im map editor können auch mit repaint versehen werden allerdings ist das ganze noch ungetestet weiterhin gibt es im content tool ein bitmap von tool generiert falsche fehlermeldung dass die anzahl der zeichnen bitmap und string nicht übereinstimmen und es gibt noch eine skriptfunktion power potenz und ln natürliche logarithmus dieses wurde ebenfalls ergänzt so wie ja die berlin fizz von steven wieder geupdatet wurde des weiteren haben wir hier bekannte bugs diverse language einträge insbesondere im map editor werden nachgereicht lotus hat probleme beim korrekten auswählen der repaint texturen in der simulation und vom multiplayer im single player umgewanderte karten sind für kurze zeit weiterhin im multiplayer spielbar also das ist wie gesagt aktuell die version 1 ea 060 ja wollten wir euch halt nur mal auf den aktuellen stand bringen dass hier lotus ein neues patch kommt wird ja aber scheint noch nicht fertig ist und da irgendwie wohl noch was kommen sollte lassen wir uns überraschen weiterhin ja was hier so mit lotus passiert und wenn es hier natürlich neue infos gibt halten wir euch dann dementsprechend wieder auf dem laufenden aber das war's von unserem kleinen update hier am unseren sonntag oder jetzt montag wünschen euch weiterhin eine gesunde woche haltet euch fern bleibt zu hause und vermeidet jeden kontakt irgendwie und lasst diese korona party sein es ist echt nicht wert ich verabschiede mich bedanke mich sagen tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal